Aua! Ich verbrenne! Garnet Montrose glaubt, dass sein Leben nach dem grausamen Pazifikkrieg zerstört sei. Äußerlich entstellt und seelisch verkrüppelt. Wie kommt es, dass manche Menschen so viel leiden müssen, Georgina? Bis ein Fremder in sein Leben tritt. Aua! Er wird sein einziger Freund, der ihn lehrt, ins Leben zurückzukehren. Du liebst Georgina, nicht wahr? Nein, das schwöre ich. Drei Menschen, die für ihre Gefühle einen hohen Preis bezahlen müssen. Garnet, ich kann ohne ihn nicht mehr leben. Er wird dich niemals ohne deinen Segen verlassen. Du bist von Gott verflucht! Gott hat dich verdammt zu einem Monster! Michael Biehn, Patrick Dempsey und Maureen Müller in einem Film von Ken Bowser. Die Rückkehr des Garnet Montrose. Du brauchst nichts zu fürchten. Weder Leben noch Tod. Auch keine Enteignung. Ich bin bei dir. Ach, du ach. Er ist gegangen, Garnet. Der Eventree! Unser Dävenschuh ist gegangen. Der Eventree! Er hatte geglaubt, seine innersten Gefühle verdrängen zu können. Hilfe! Ich brauche! Ein leidenschaftliches Drama aus dem amerikanischen Süden. Ich würde mich nicht mehr sehen.